Wenn der Brederlo zu mir ist. Hallo und mein Mann. Jetzt haben wir eine Familie da, eine sehr unbeführende. Da ist einmal Bob Brederlo, inzwischen schon einer da, im Fernstaat. Ich habe das gemerkt, als ich ihn ankündigte, haben viele, ah, gesagt. Ja, Gerd Brederlo, Bruder, und Udo Bandl, Lebenspartner. Seit wie vielen Jahren leben Sie? Seit 76. Sind Sie inzwischen eine eingetragende Lebensgemeinschaft? Nein. Das wird noch nicht gemacht. Nicht in diesem Sinne, wir haben das mal noch abgelaufen. Ah ja. Aber die, nach der neuen, gibt es noch höhere. Viele Jahre. Viele Jahre. Das ist eine sehr unbeführende, denn wie wohnt, lebt bei Ihnen, sozusagen, wie Eltern und so. Schöner, dann guck da jetzt. Bobi, wie lange leben Sie denn jetzt schon? Ja, seit 18. Zehn. In, 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 15. In München. Zehn Jahre. In München, zehn Jahre. Ja. Nächste Woche, ich glaube, am 30. In 15. Ein Film über diese Geschichte, über diese Familie, über die Geschichte dieser Familie. Habt ihr mit gesehen? Ich glaube, es ist ein Film über die Geschichte, 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 über die Geschichte. Vielen Dank.